So, meine lieben Freunde, na Hallöchen, Poppischen und herzlich willkommen. So, dauert noch ein bisschen, ich muss mir noch ein bisschen Popcorn in die Schüssel machen. Ich mache es mir heute ein bisschen gemütlich. Ja, ich weiß nicht warum, aber irgendwie Princess Peach Showtime gefällt mir ganz gut. Und da habe ich mir gedacht, zocken wir das mal weiter. Ja, zudem auch die Kurse sehr interessant sind. Und je nachdem wie es läuft, später nochmal eine Runde Mario Kart oder so. Müssen wir mal gucken. Detektiv und Eiskunstläuferin haben wir ja gemacht. Exploited, hier sind wir fertig. Aber hier müssen wir hin. Ah. Super. Ich weiß, was ich vergessen habe. Zu trinken. Und noch ein paar Eiswürfel. Ach, die Besties machen das schon. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, Ladebildschirm. So, dafür, dass morgen noch ein Feiertag ist, habe ich nicht mehr so viel zu trinken hier. Da muss ich mir selbst mal was machen. Wieso habe ich denn so das Stream? So, so. Wenn das nicht die kleinen Mäuslein sind, die die ganze Zeit durch mein Theater huschen. Ja, immer doch. Madame Traube. Also, was haltet ihr von meinen Werken? Gefällt euch meine höchst fesselnde Vorstellung? Tatsächlich nicht. Aber sie ist mir auch relativ egal. Hebt euch die Antwort für später auf. Ein kleines Vöglein verriet mir, dass ihr beide für etwas Unfrieden gesorgt habt. Ach, wir doch nicht. Ihr habt sogar gewagt, einen Vogelie zu befreien, den schon der großen Mühne eingesperrt hatte. Na klar. Viper. Na dann. Suchscheinwerfer. Suchscheinwerfer. Da stehe ich ja. Die Frage ist, was kriegen wir jetzt für eine Kraft? Ach so. Oh. Oh ja. Ah, Schlucki. Herzchen. Oh! Das ist doch scheiße. Warte mal. So, jetzt aber. Okay, also ohne Schaden schaffe ich es nicht. So, jetzt geht's. Oh, komm schon! Oh, komm schon! Ah, sup, Gaia! Alter, wenn ich den jetzt nicht klatsche, dann habe ich ein Problem. Boah, das war anstrengender als gedacht. Oh, komm schon! Ja! Herrlich! So, ich guck mal, ob ich noch irgendwas zum snacken hier habe. Und natürlich... ... 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 Sekunde, muss noch mal ganz kurz auf.